Das romantische Hersching liegt am Ostufer des Ammersees. Am späten Nachmittag schlendern wir am Ufer des Sees entlang. Richtung Norden flanieren wir an Villen, Restaurants und Stränden vorbei. Die südliche Seite ist natürlicher. Und ganz da hinten sieht man die Alpen. Wir genießen noch etwas die Stille des Abends. Am nächsten Morgen wandern wir im Kiental. Unser Ziel ist das Kloster Andechs und das liegt oben auf dem Berg. Der Aufstieg entlang des Kienbachs ist einfach schön. Wir sind da. Dort oben sehen wir die Klosterkirche. Wir werden mit Geläut empfangen und schauen uns den Innenraum der weltberühmten gotischen Kirche an. Natürlich probieren wir auch die leibliche Nahrung des Klosters. Und ich gebe dann mit Gäutern. Wir haben weiter. Wir können den Ressourcen. Und wir werden die Stille des Klosters. Und wir werden bis zum nächsten Mal wieder. Arbeitsungen an der Klostersis. Unsere Rezi go.